Also ich seh dich noch nicht, mach am besten mal oben. Okay, wo genau? Überhalb der Leiter. Überhalb der Leiter, klar. Unter, da wo. Ich leg mal meinen etwas, sonst war es bei mich. Ich müsstest ja auch sehen. Nee, ich bin nicht menschlich und ich hab den Weltenboss schon gekillt. Achso, den auch schon, okay. Ja, Nito hab ich ja schon. Ach, ich erinnere mich an Nito, dieses riesengroße Skelett. Hab jetzt nochmal oben an der Leiter gelegt. Na, ich hab's, ja. So Leiter sind vielleicht blöde Punkte, dachte ich mir einfach nur. Ja. Also ich hätt's jetzt unter dem Sarg gelegt. Ah, ja, kann ich auch kurz machen. Ist auch kein Problem. Ich bin 84. Unmensch. Ja, ja, das passt alles. Das hatten wir alles schon überprüft. Ich bin 95 immer noch, also. Ähm, ja. Siehst du mich jetzt? Siehst du mich nicht? Momentan noch nicht, warte. Oh je. Nee, das ist aber, das geht dann einfach irgendwann. Ja, das tat's schon immer. Was ist das denn gerade gewesen? Ah, mein Arschloch. Das war mein Bruder mal wieder. Nee, ich meine die Schädellaterne. Dann leuchten ja irgendwelche Sachen, wenn ich das benutze. Hm, ja. Das weiß ich auch nicht. Ja, die benutze ich ja nicht. Deswegen weiß ich's auch nicht, weil dafür ist mir mein Schild zu wichtig. Hm. Ach so, vielleicht sollte ich auch nochmal ganz kurz das Spiel neu starten. Na, ja gut. Weil, das hatte auch irgendwie ne Bedeutung gehabt. Ah. Weil immer, wenn man das Spiel startet, wird irgendwie der Cache geleert und dann mit neuen Sachen gefüllt, die in der Freundesliste dann wohl aus sind. Ich weiß nur nicht, ob es reicht. Nee, die L.E.A. ist aus, alles. So. Dann leg nochmal. Äh, okay. Wieder unterm Sarg? Ja. Okay. Also wie gesagt, als ich das mit meinem Kommilitonen gemacht habe, danach hat's dann immer geklappt. Okay. Und wie gesagt, also ich hab's mit meinem Kumpel auch hingekriegt, ohne das Ganze irgendwann. Aber es dauert halt. Oh, da ist ja noch ne Seele. Oh, mich nervt das gerade, dass der Stream bei mir nicht richtig tut. Mich nervt, dass ich dich nicht beschwören kann. Ja, das auch. Aber sonst würde ich ja sehen, wo du ungefähr bist. Na, ich bin Feuer, äh, Treppe hoch und dann halt rechts aus, unter dem, Sarg. Ah, jetzt seh ich's ungefähr. Ja, genau. Genau da hab ich auch eigentlich gelegt. Nein. 102. Wir sind genau in der Level-Distanz. Ja, ja. Also wir sind ja sogar fast in der 5er-Level-Distanz. Nein, ne, wenn du 95 bist, dann sind's schon 10. Ja, fast in der 10er. So, ein Level mehr oder und hier unter, wir werden ja in der 10er drin. Ich versteh jetzt nicht die Ding nochmal neu. Warte. Ja. Es wundert mich jetzt aber, weil das müsste funktionieren. Lauf einem Spiel beitreten, zum privaten Chat einladen. Zum Spieleinladen steht aber bei mir nicht drinnen. Ja, zum... Shit. Ja, das kann ich aber. So kann ich dich zum Spielen einladen, aber... Ich hab dir ne Einladung geschickt, kam die an? Ah, ne, ich hab gedrückt, zum Spiel beitreten. Dann schick du mir mal ne Einladung, wenn das geht. Dass sie sich vielleicht... Die Frage, wieso kann ich dich einladen? Ja, ne, ist ja egal, aber mach mal, vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal und dann... Ich hab eine Spieleinladung gesendet. Okay. Okay. Aber du scheinst keine Einladung bekommen zu haben, oder? Doch, doch, sie kam auch an. Ich hab sie auch angenommen. Ja, gut. Die Frage ist, was ist jetzt passiert? Ja, ich denke mal, das ist halt eine Xbox-Funktion, die hier nicht so richtig unterstützt wird von dem Spiel. Durchaus möglich. So, leg noch mal deinen Stein. Ja, mach ich jetzt auch. GZ-Tinker. Die einzige Hürde Richtung Boss ist nur die... die Riesen. Nee, kann man... Da kann man die meisten von umgehen. Man muss gegen zwei wirklich nur kämpfen. Ich bin durchgerannt immer. Ah, gut, das geht auch. Aber dann kann man halt Pech haben und einen Stein abkriegen. Ich geh jetzt wirklich mal was gucken. Ich mach mich kurz menschlich, dann verschwindet aber mein Symbol. Ja, ja. So, jetzt muss ich erst mal noch eine Menschlichkeit benutzen. Hast du so viele, hast du ja gesagt. Ich hab genug. Ich hab 45. Ui. Wenn ich die alle her hab, aber... ich hab die, also... Also, ich... hab die auch teilweise wirklich zum Heilen benutzen müssen. In einigen Kämpfen. 20 Flakons kriegt man nur, wenn man das Feuer mehrmals entfacht, aber dazu musste man noch einen Boss besiegt haben. Äh, Feuerrad. Ach, genau. Genau, der hier, bevor ich hier runter bin. Mhm, so. Ernsthaftig, die Rufsymbol... Ach, das ist immer noch meins. Ich kann dir sagen... Nein! Ich bin den Weg rechts mal langgegangen. Da war ja noch die eine Stelle, wo ich am Anfang gesturmen bin. Und der blöde, das blöde Skelett... Oh, fuck, wo bin ich denn jetzt? Das blöde Skelett hat mich runtergekickt. Okay. Ja, wie gesagt... Achso, gut, dann... Ich leg noch mal unter dem Sarg. Also, mich zumindest mal. Wenn's nicht klappt, dann invasiere ich gleich deine Welt. Ja, das ist ja noch mehr zufällig. Falls da... Ähm... Was wollte ich gerade machen? Achso, Menschlichkeit. Ich hab nur 8. Stimmt, du bist nicht menschlich gerade. Ja, ich kann leider... Menschlichkeit kann ich leider nicht fallen lassen. Das weiß ich, das hab ich schon mal probiert. Menschlichkeit fallen lassen, wie das klingt. Aber die kann man farmen. Grip zu packen. Ja, ja. Bei den Geistern. Oh, jetzt hab ich schon wieder diesen Drecks-Bug, dass er nicht aufstehen will. Ja, das nervt irgendwie. Na, also ich würd... Zum Menschlichkeit farmen ist später das DLC super geeignet. Ja, wo die Geister sind. Genau. Da hab ich ja auch mal ein Video gemacht. Hm. Und... Ja. Das hat doch, glaube ich, 15.000 bis 20.000 Videos gehabt. Ansonsten auf den früheren Leveln kann man ja Menschlichkeit noch bei den Ratten farmen. Ja, aber ich hab's früher nie gebraucht. Ich hab's, glaube ich, einmal gemacht, weil ich hatte mit meinem Kumpel relativ viel zusammen. Wobei, der hat mich gerufen, nicht ich ihn. So, nochmal, seh ich dich noch. Ja, auch mit Pfeil. Also das ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen, auch, dass es bei die Optik schön aussieht. Jetzt die Chance auf jeden Fall hoch, dass wir uns sehen. Das ist auf jeden Fall mal so. Weil er... Na, was denn? Na, weil du den Boss schon gekillt hast. Ich glaube, man kann... Nein, nein. Das ist nicht so, weil ich hab mit meinem... hab meinen Kumpel vom Ziegendämon bis zu Ornstein und Smaug gezogen. Und ich hatte die alle schon gekillt. Also daran kann's nicht liegen. Ich hätte gedacht, dass das nur, äh... ne gewisse Distanz geht. Nee, das... Also so zwei Stunden danach oder so. Nee, diese gewisse Distanz ist durch, äh... haben sie durch das Level Cap reingepackt. Quasi. Okay. Geht tatsächlich dauerhaft. Also ich hab meinem Kumpel da... geholfen... äh... den Ziegendämon zu machen und das war... boah... vielleicht drei Wochen nach, wenn ich den selber gekillt hab. Kann's irgendwie nicht sein. Naja. Au. Ich bin gleich wieder da. Ich höre nur noch die paar Seen, die hier rechts auf der Seite waren. Ich seh's gerade. Ich, äh, starte das Spürbärmeer einfach nochmal neu. Noch einmal. Einfach nochmal, um's auszuprobieren. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, hier gab's ja auch eigentlich nichts weiter als noch irgendwo eine Seele. Es gab noch halt in diesem Mist-Gegend, wo die ganz, ganz vielen umdrinne liegen, gab's noch die göttliche... Ja, das hab ich ja von ihm geholt. Ach so, ja. Die hab ich nämlich... Da bin ich ja ein paar Mal verreckt drin. Ja, das ist auch verständlich, ja. Ich hab's dann irgendwie ganz clever gemacht. Ich hab einfach die Skelette angelockt. Mhm. Ach, hier bin ich. Ähm... Und dann bin ich halt runtergejumpt und hab's halt mit einer Attacke halt alle gekillt. Bis auf zwei, drei, die da noch übrig waren. Ich wollt gerade sagen, ja, bei mir sind sie kein One-Hit, weil ich benutze halt wirklich meine göttliche Waffe hier drin. So. Ah, mein Controller ist schon wieder weg, kurz vorm Abgrund. Immer sehr günstig. Naja, dann kann er wenigstens nicht in die Falte Richtung fahren eigentlich. Naja, außer man geht dann wieder los und dann rennt er gleich in die Falte. Ist er bereit? Ja, ich renn noch gerade zum Feuer. Ja. Ist trotzdem noch... Die ganzen Viecher für dich im Zweifelsfall auch tanken. Das ist für mich weniger das Problem. Erstmal Verbindung kriegen. Mhm. Das wird eh lustig. Und das Tolle ist, das müssen wir ja nach jedem Boss neu probieren. Äh, nee, also wie gesagt, am Anfang hat's halt gedauert, aber als ich da mit meinem Freund uns einmal hatten, dann ging das immer ruckzuck. Das wird normalerweise immer so. Weil das... Weil wenn ich mich einmal äh, beschworen habt, dann heißt das, dass quasi, äh, diese Serverübereinstimmung da ist. Also er sucht ja aus mehreren kleinen... Jetzt warst du gerade wieder genau an der Stelle, wo ich gelegt hatte. Pack doch mal weg. Ja. Na, ich versteh's nicht. Also wieder genau unter dem Sarg drunter. Wenn nicht, muss ich vielleicht das Team mal komplett schließen? Sondern jetzt für uns... ist für den Stream doof, aber... Denke, ich lege einfach... Also, das, was bei mir und meinem Kumpel immer funktioniert, ich hab halt immer wieder neu gelegt und hab dann halt... Irgendwann hatten wir uns. Hm. Das ist so nervt. Das haben sie in Daxel 2 besser gemacht. Ja, da legt man und sofort hat man sich. Ja. Vor allem, weil es gibt ja auch noch diesen extra Ring. jetzt, diesen namenlosen. Und der macht was? Das war dieses... Da sucht man sich irgendwie eine Gottheit aus und dann... Ja. Wie gesagt, wenn du ein Rufsymbol siehst, musst du sofort schreien. Hm. Weil ich seh halt mit 30 Sekunden Verzögerung. Bei dir. Ja, ja. Weiß ich lege im Zweifelsfall... Hm. Mensch, bin ich? Level-Distanz passt. Ich versteh's grad nicht. Nee, das ist einfach diese Server-Geschichte, die... Wenn nicht, lass uns mal weitergehen zum nächsten Feuer. Na gut, können wir machen. Na versuchen wir's später. Also, dann versuchen wir's... Ne, ja, was nochmal. Gut. Jetzt kommt diese Scheiß-Gegner mit meinen Hass-Gegnern. Und durch die kann ich mich auch nicht durchschummeln, leider. Ja. Es soll ja auch sein, dass ich hier jetzt ein paar Mal sterbe. Hä? Warum hat die das immer wieder... absolut nicht leiden kann. Ja, ja, ich bin da auch schon verrückt dran. Ja. Aber ansonsten... Ja, ich weiß. Spielt ihr in seinem Zimmer oder was? Nee, wir spielen im Keller. Das ist ein bisschen ungünstig bei uns mit dem Internet. Kriegen wir nämlich nur sehr schwer bei uns in den ersten Stockboden, wo unsere Zimmer sind. Deswegen stehen die PCs bei uns im Keller. Okay. Oh. Ich hab gerade noch eine Idee gehabt. Es kommt ja jetzt gerade da, wo du gerade langgegangen bist. Ja. Meine Nebelwand, vielleicht muss ich erst dahinterlegen. Ich hab jetzt noch... Ich hab einfach mal einen Riesenfeil in mir drin. Ich geh jetzt trotzdem erstmal zum nächsten Feuer. Ja. Oh ja, und ich bin gestorben, war ja klar. Einmal Falschüttaste gedrückt und das ist das Blödste bei Dark Souls. Toll, der Kuppe hat mir irgendwie ein Geburtstagsgeschenk geschickt und hat aber die falsche Postleitzahl gegeben. Aber die richtige Stadt und Adresse. Ja und, wo ist es angekommen? Na ja, jetzt hat das Geld wohl wiederbekommen, nach einigen Tagen. Oh ja. Oh ja. Leute, man kann ja einfach weglaufen. Man muss gar nicht die Hunde töten vom zweiten Feuer aus. Ich versuche jetzt mal zum zweiten Feuer runterzukommen. Sagen wir es mal so. Man brauchte, glaube ich, nur einen Hund killen. Und beim zweiten könnte man vorbei rennen. Und zum Feuer dann rüber. Und danach konnte man vom Feuer einfach durchrennen und brauchte gar keinen mehr killen. Ich bin jetzt in diesem Bergpfad. Ich will hier diesen Kirk noch besiegen. Der kam ja vorhin bei mir nicht, weil ich nicht Mensch war. Der Kirk, du meinst den... Da ist er. Ach ne, Paladin, Leeroy. Ja, den würde ich auch töten an deiner Stelle. Der ist... Ha, geil. Das ist eine ziemlich coole Rüstung. Den hab ich leider auch... Da hab ich's leider auch verkackt. Ich bin zu tun. Ich hab nach dem Beschwören mich einfach hinter ihn gestellt. Und konnten gleich hitten. Wie gesagt, das hab ich vergessen. Ich bin nicht weit genug gegangen. Ja, aber auch so kriegt man die eigentlich immer gut hin. Die Rüstung ist ganz praktisch. Ist das eine Rüstung, ja? Er hatte der... Das ist eine ziemlich gute Dorf, der jetzt noch nicht... Der Dorf, der jetzt gerade seine Waffe und sein Schild gedrobt hat. Genau. Und die Rüstung liegt dann bei... Dingspunkt zum Bossraum. Nito. Achso. Ja. Geräumt. Ist ja auch ne göttliche Waffe. Wenn ich den Weg finde, das... Er war immer nur Rechtzeiten. Ja, ich weiß. Da ist nicht Sanktus. Wir müssen irgendeine Stelle suchen, wo wir uns treffen. Na, am besten kurz davor. Nach den Skeletten oben, wo man steht und wo die Magier dann schon schießen. Ja. Die Mini-Feuerräte quasi, ja. Oder so halt, ja. Ja, wir wissen, ja. Die können, glaube ich, auch die Masken noch trocken. Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Und die Mini-Skelette trockenmenschlichkeit. Ach ja, Mini-Skelette. Ich erinnere mich. Ja, die sind echt ne Plage. Vor allem, weil die haben denselben Bug wie die Mokitos im, äh, in der, du weißt schon was. Ja, Schandstadt. Nämlich den, äh, Drop-Bug. Da sie die respawnen immer wieder. So. Ach stimmt, jetzt gibt's ja auch noch die Gegend hier. So, legen könnte man hier oben was. Ja, ich bin gerade am... Ich muss noch hinkommen. Ja, ich muss noch hinkommen. Wie gesagt, ich sehe es, weil die 30% verzögert. Egal, ich mach erst mal die Flammenräder. Toad. Film. Film. immer überlegen ja dann lege ich doch mal gerade unter umständen liegt ja jetzt wenn wir glück ich sehe noch nichts ja klar wo 20 prozent kriegt man sogar legst du mal wieder neu oder lässt es liegen also ich glaube man brauchte den gar nicht neu legen weil der switch der sowieso immer durch zwischen den servern ja kann ich habe bisher mit dem neu legen ja ja ist schon vorbei ich bin jetzt mal ein stück runter gegangen seele eines helden ich lege einfach direkt vor dem russbaum ok so viele kleine skelette menschlichkeit und Oh, die Attacke hat aber Gutschein gemacht von dem Flammenradvieh. Mhm, das ist halt Magie. Ich weiß nicht genau welche Art von Magie, aber die machen immer ordentlich Schaden. Oh, da hinten ist noch was getroppt. Ich bin aber auch gleich oben, glaub ich. Oh, da ist ja noch einer. Du droppst immer nur die selbe Maske. Ne, die haben bei mir gar nichts... Doch, einer hat von mir was getroppt, aber das war keine Maske, sondern... Ja, das war so ein kleines Skelett vermutlich. So ein Brocken. Ja. Und das brauchen wir... Ich weiß gar nicht, ob man hier das nicht überhaupt noch braucht. Hatte ich auch schon überlegt, ja. Ich gucke gerade. Nö, hier geht's sogar. In dem Raum drinnen. Letztlich mal meine Ausrüstung wieder. Ähm... Wieso? Äh, weil ich die Waffe ja noch drinnen hab. Also ich stehe jetzt direkt vor der Wand. Mhm. Ich glaub hier war noch was. Genau. Weißer Scholle. Schon wieder 53.000 Seen. Ja. Ja. Also weil ich im Wasser bin, kommst du das jetzt gelegt. Und gerade war's. Bei der Nebelwand. Mhm. Dann gleich wieder da. Ja. Liegt nichts. Bist du eigentlich auch Mensch? Ah, du bist gestorben, ja. Ähm... Ne, ich bin kein Mensch mehr. Das hat auch damals, als ich Mensch war, ja nicht funktioniert. Ich muss aber zugeben, ich sehe aber auch niemand anderes. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob da irgendwer liegt. Das... Ob. Ich hab aber, ich hab auch generell schon lange keine Zeichen mehr gesehen. Äh, ja gut, das von... Äh, von anderen Spielern stimmt. Von... In PCs war ja nicht das Problem, das wissen wir ja. Mhm. So leer hatten wir ja gerufen. Äh, also hat's früher ja gerufen. Ja. Ah, wie gesagt. Wenn nicht, soll ich Nito alleine probieren? Oder soll ich mich nochmal zum Feuer zurück teleportieren? Nee, ich denke, du kannst Nito locker alleine schaffen. Ja, also... Ich bin nicht sicher auf den alleine schaffst, aber... Ist das... Ist machbar. Weil wir für... Ich würd' sagen, wir versuchen es jetzt einfach. Weil ansonsten haben wir dasselbe Problem dann nachher trotzdem nochmal. Und dass du halt vorher vielleicht noch ein, zweimal bei Nito gestorben bist. Ja, ja. Vor allem, man verliert Hauptsache schon mal 40% Leben, wenn man zu Nito runterspringt. Ja. Also es gibt da einen Zauber, der dagegen hilft, aber... Jetzt kannst du mich nicht mehr rufen. Ja. Jetzt warte ich dann erstmal. Aber ich kann mich ja auch gleich weg teleportieren. Ja, aber ob der es hier hilft, oder? Naja, aber so verlieh ich wenigstens nicht 54.000 Seen. Ach so, ja gut, ist klar. Ich wiss schon gar nicht mehr, was der gemacht hatte. Am Anfang hast du eh Zeit. Am Anfang macht der seinen Wunder. Seinen Tanz des Grabes fürsten. Danach... Ach ja, da kamen wir ständig Skelette an. Genau. Die waren beschworen, ja? Die kamen immer wieder, ja? Die seiden und töten sie mit einer heiligen Wache. Weshalb ich halt immer eine heilige Wache dabei habe. Ach so, meintest du das? Hahaha. Das hätte auch für alle Skelette im Brief gegolten. Wie gesagt... Au! Wenn du zurückkehren willst, solltest du dich bei allen von Nito anfangen, sich zu bewegen. Er hat sich schon bewegt. Ah, okay. Wieso, man kann aber trotzdem noch zurück. Mhm. Aber ja, hier mit einer göttlichen Waffe wäre schon praktisch. Ja. Wie gesagt, kriegst du dich meine Wache dabei. Ah. Scheiße. Ja. Das ist klar. Also ich würde empfehlen, dass... So habe ich es gemacht. Ich bin ziemlich am Anfang stehen geblieben, habe Nito erst mal kommen lassen und dann ähm... immer die ganzen Skelette gekillt. Ja, die eh Anfangskelette waren kein Problem und dann habe ich später halt, wenn ich in der Gegend rumgerannt bin, die Skelette erledigt und da sie halt nicht wieder aufstehen bei mir. Wenn ich sie erledige, war das auch alles kein Problem. Ich habe auch Nito nicht wirklich wenig Schaden gemacht. Naja. Ja, mein Problem ist, das Problem ist halt, dass meine göttliche Waffe ein gutes Stückchen stärker sein dürfte als deine. Weil ich benutze halt ne Bosswaffe. Achso. Benutze halt den Finstertöter, den du kriegst, wenn du Sivs Seele in ein... Plus 10er zerbrochenes Schwert rein haust. Xena? Ja. Was ist dieses... Die Kriegerprinzessin? Nur weil ich kein Deutsch kann. Den er. Also plus 10. Was so. Ja. Das macht halt... Das macht er nochmal. Interessant. Aber das ist überhaupt sinnlos, weil es braucht echt hohe Anforderungen. Ich renne nochmal runter schnell. Wird dumm. Du hast ja beim anderen Leuchtfeuer. Naja. Ja, aber ich wollte eh schnell nochmal... Ich lege jetzt einfach immer so auf deinem Weg. Die ganzen... Dingsens ab. Macht's bestimmt viel lustiger dazu. Boah. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf. Ah, ok. Er versucht es ja nicht mal. Ja, dann siehst du jetzt wie ich gerade laufe. Also man kommt halt super schnell zum Feuer. Ja, ein bisschen. Also ich sehe so ein bisschen. Und von hier kann ich jetzt wirklich zum Dings runterlaufen, ohne dass ich auch nur ein Skelett töten muss. Na ja, bis auf diese engen Stelle, die du dann halt... Na ja. Will ich mal in 4000 sehen, ohne was gekillt zu haben? Ja. ich würde jetzt beschwören können aber ich habe keinen bock den stream zu pausieren damit ich sie mal komplett schließen kann ich glaube aber nicht das sind wirklich hier gerade die normalen dark souls schwierigkeiten was das gegenseitige schwören angeht ich habe ein riesenfeil in meinem auge für mich ist das auch eine gute abwechslung eigentlich müsste ich jetzt gerade kumpel titanit farmen aber da habe ich keine lust drauf wo farmt man die dann die farm man wenn man es also den schuppenlosen besiegt hat auch da ja ein leuchtfeuer auf wasser und da dann an den man ich bin komplett zurückgerannt weil alles an weil normalerweise doch das ist ja ähnlich wie die blöden käfer und die sind halt einmalig ja stimmt vorbeigerannt das da war also ich wieder direkt von die hier hier und und hier liegt natürlich nichts klar ist wieder warten ist was ich starte jetzt noch mal kurz da kurz neu komplett neu die beste mutter macht glaube ich ein bisschen mehr leben und eine maximale belastung und sprössling die hat den selben effekt wie der schild also erhöht die ausdauer regeneration ich weiß aber nicht ob das kumulativ ist genau aber es funktioniert ja also drei kilo oder so sind das 3,9 so dann auch gleich wieder im spiel hoffentlich die maske ist so hässlich ja das stimmt aber dann habe ich doch lieber das schild drin könnte es auch eigentlich mal verstärken ich habe sowieso meistens drin ab dem schild in sichtweise also es gibt noch ein ring mit dem selben den habe ich halt meistens aber ich habe ich meistens immer den schlangenring drin also für besser laut oder so ja den habe ich normalerweise ich habe also 50 prozent mehr belastung weil ich ja rüstung spiele und was habe ich noch ja und dann er restet meistens durch gewechselt normalerweise ist es der florentierung für mehr aus der regeneration ich habe den schutz ring der gunst drin dadurch habe ich auch alles ein bisschen besser den schutz ring kann ich aber nicht mehr rausnehmen deswegen lasst du da dran er wird glaube ich alles um was ist 30 so ich habe davon eine waffe bekommen die auch dings schaden macht die keule aber die frage ist ob die mit schaden macht dass du 50 stärke habe ich gar nicht okay 120 die ist die eine axt nach so die und acht meinst du willenskraft brauche ich dafür ja das braucht man leider für die meisten heiligen waffen außer die die man sich halt selber macht da ist auch wieder eins auf 14 wenn es kauft was tor aus schwert stimmt wie gesagt im zivelsfall kann man immer noch ganz selber machen aber das ist jetzt halt und der position schwemmöglich du bist nicht da ja das nervt mich auch ich starte auch noch mal neu 27 stunden so dann legt noch mal ist so typisch mensch bin ich aber ja hast du es auch liegen lassen oder wechselst du wieder ich hatte es bis gerade eben liegen lassen jetzt habe ich das erste mal wieder gewechselt lass es dann einfach mal liegen okay 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 ja aber es liegt definitiv nicht an uns ja ach so warte mal ich kann mal was anderes noch probieren firewall ausstellen das hat glaube ich auch ein bisschen geholfen ich verlasse ich habe feier war jetzt ausgemacht und spielmodus an von dem antivirenprogramm ich mache jetzt noch mal zum titelbildschirm das kannst du ja auch mal machen firewall aus und dann spiel spiel bei händen dass wir gleichzeitig starten ja warte ich muss noch kurz die firewall ausmachen ja warte ich muss noch dran denken dass ich die nachher wieder anmache ja warte ich kann es ja komplett schließen bei dir vielleicht ich kann ja leider nicht so ich glaube mich gerade wieder ein so ich bin auch wieder da so ich bin auch wieder da gut dann lege ich mal ja und dann heißt es wieder warten das muss doch klappen ey das kann doch nicht sein ja mir wundert mich auch irgendwie sieht das lustig aus mit dem knüppel in der hand ich habe auch keine lustige den stream eine stunde anzulassen und wir finden uns nicht ich habe das symbol bei dir versteht zwar nicht warum ich dich nicht einladen kann was ich machen kann es dich einladen also leg nochmal neu wenn es nicht klappt dann gehe ich rein da hat man schon diesen mod geladen und hat jetzt diesen multiplayer patch drauf und es bringt nichts weil es irgendwie vielleicht ist ja generell gerade bei steam irgendwas los ja das glaube ich irgendwie nicht so wie gesagt mit meinem kommilitonen hat es sofort auf anhieb geklappt als wir beide das dann hatten hab ich doch einfach Glück aber naja unter einem level kann es nicht liegen ne hast du ja ich hab schon nicht da also hm dann gehe ich jetzt rein ja ich lass es einfach mal liegen vielleicht ja passiert ja noch irgendwas ach falls du dann das nächste falls du nochmal stirbst jedes mal ja ich verstehe es einfach nicht vielleicht gucken wir danach mal wirklich an die stelle wo du noch nicht hast ob wir uns da beschwören können nicht dass es wirklich am weltbus liegt ja dann kann ich auch eigentlich ja ey dieser blöde stachel dass der ihn immer trifft ja da kommt er hm trotzdem getroffen ey man weiß ja gar nicht wann man da rutschen muss ja das ist halt sein äh wie heißt das Ding sein Tanz des Grabesfürsten ist sein Wunder da braucht er relativ viel Zeit hier um das zu äh machen aber das macht halt auch ordentlich Schaden dann ach ich hab keine Lust war auch lustig als ich dann das Regervideo von dem Turnier angepuckt hatte müssen wir erstmal 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 neues Deck erstellen eh ich hab's noch gar nicht gemacht muss ich auch noch ach denn Elementheit sind nicht alles Krieger? naja Elementheit geht ja viel zu wenig Schaden ey da verrecke ich schon dann die normalen Skeletten das wird bestimmt lustig ich denk dass da ein paar Decks ziemlich OP sein werden eventuell im Vergleich zu anderen echt? naja Drachen mit Drachenspiegel und mit Wetterdrache das ist das Einige weil ich ein bisschen problematisch sehe aber das wird bestimmt lustig immer gut dass ich so viel Flak in uns habe dadurch ist es tendenziell irgendwo machbar ich will grad sagen jedes Mal beim Schreien kommt dann das Ding kommt der Zacken au lass mich los schlag zu damit ich trinken kann wuhu man kann ausreichen so alle Creeps sind tot dann müsste es doch jetzt laufen oh jetzt macht er ja ständig die Attacke mhm ist das normal weil ich alle Viecher gekillt hab? äh welche Attacke denn ich sehe hat da ist? na mit dem Dornen normalerweise macht er ständig seine ja äh äh seine Finsterwelle oder wie das Ding heißt wo er ach die hat er mir die macht die hat er bei mir echt selten gemacht bei mir hat er ständig sie hat er grade 3-4 mal hintereinander gemacht sich rum äh raus den Boden kommen lassen und ich mich damit zu mich umgebracht ich mach ohne mit der Göttlichkeitswaffe mach ich 50 Schaden mit meiner richtigen Waffe 300 ja ich hab ihn grad 1500 was ungefähr 40% Leben sind abgezogen mhm das ist echt ja vielleicht solltest du's aber mit der richtigen ist auch mach ich jetzt auch ja das sind Teil fein halt aber die was? ja dann du musst halt wegen den die hab ich ja schon tot ja ja ich hab's grad gesehen wie du's meintest fürstenseele 25 Gamerscore Sieg übergabes fürst Nito dann was hatten wir gesagt versuchen wir einmenschlichkeit ja gut 60.000 Seelen dann teleportier ich mich schon mal in Richtung ähm und geh schon mal in Richtung äh Neulondo los Tinker wen hast du gekillt vor dem Boss diese komischen Leichen die auf dem Boden liegen die sollst du nicht killten weil diese komischen Larven die sind einfach übel einfach ignorieren ähm hast du nicht gesagt? achso das war hier diese Paladin Rüstung die in der Ecke lag ja ja hast du die jetzt gerade gefunden weil ja so jetzt kann ich mich aber auch wieder nochmal ausrüsten schön so Urleuchtfeuer 3 Level Ups jetzt bin ich auf jeden Fall in der 10 Level Spanne bei dir drinnen jetzt muss ich nochmal ähm links ausrüsten den Wanderfluch damit ich da überhaupt hinkomme also damit ich den Gegnern überhaupt Schaden mache beim ersten Leuchtfeuer ich weiß nicht was er meint naja ist sehr gut dann so Feuerband Altar mhm die Seele noch da bieten wir versuchen dann am besten uns äh normal also ziemlich direkt am Anfang zu beschwören das vermutlich einfacher da kommen wir wenigstens zusammen durch wo denn jetzt genau? äh nach Neulondo unten weil das ist dann halt der Boss der mir auch fehlt ah ok die vier Könige die da dann kommen mit dem Ring des Abgrundschreibens wo ich nicht wusste dass man den Ring braucht deswegen runter gesprungen und natürlich instant gestorben bin er schreibt da sind so höhenähnliche Viecher die dich anspringen und 75% Leben abziehen äh ich bin gerade am überlegen er ist doch der ist in die Schandstadt runter glaube ich ja und war beim ersten Feuer hat er gesagt mhm und da waren doch eigentlich nur diese Moskitos und diese Dinger diese komischen Viecher die Feuerschaden machen es ist durchaus möglich dass er das falsche Feuer meint ich weiß was er meint er meint diese äh du bist grad beim Feuer unten in den Gift zu machen bei der Schandstadt er ist noch nicht mal da er ist bei den äh er ist noch mitten beim Runtergehen bei dem Feuer weißt du welches ich meine? ich überlege gerade aber mir fällt grad nicht auf die große Treppe quasi mhm äh da musst du ja an diesem paar riesen und alles vorbei und dann kommst du ja irgendwann bei den ähm so müssen wir uns noch an der Stelle überlegen wo wir gleich äh du gehst jetzt erstmal zum Magie Schmied ich wollte nur was gucken ja ja gut dann müssen wir jetzt mal überlegen ich denke ich lege ich versuche erstmal nochmal zu legen ich leg mal am Anfang der Brücke hinten das wie schlägt den sogar mit Leiche sagt er ja das ist dieses es gibt ja zwischen deinem Leuchtfeuer und dem Leuchtfeuer in den Katakomben also in dem Abwasser in der Kanalisation gibt es ja noch ein Leuchtfeuer da ist er gerade ach jetzt weiß ich glaube ich wo oben auf dem Podest oder was ja genau da da keine Ahnung wie ich die Viecher nennen soll diese Nervviecher da auch und auch die Toxiltypen da hatten wir ja ganz einfach die Stelle verwechselt so er muss tiefer aber ich bin wie gesagt auch von der anderen Seite gelaufen von der Ratte ja ja das ist auch ist der einfache Weg aber der der er gehen will wäre der schnellere oh ich dachte man kann mit göttlichen Waffen die Geister angreifen nein das geht nur mit verfluchten Waffen für verfluchte Waffen mit verfluchte Waffen kriegst du normal so nur ein einziger und das ist das Schroßschwert von Apurium und das kannst dir herstellen mit Sivs Seele aber das ist nicht gut also also ja jetzt müssen wir mal überlegen wo wir die Symbole legen wollen nach unten bestimmt hast du oder weil hier oben ich habe vergessen mich menschlich zu machen ich glaube noch mal neu warte ach so ja das wäre ganz gut dass wir halt beide gucken können ja ich habe so glaube ich habe schon seit Ewigkeit keinen mehr gerufen weil ich einfach das normalerweise alleine schaffen will ja aber es macht ja auch Spaß ich habe jetzt gerade ja ja ähm wo wollen wir denn legen mal überlegen damit keiner von uns irgendwie zu weit läuft oder sowas ja direkt davor wo immer noch so leer beschwören kann würde ich sagen ach man kann auch so leer beschwören ne nicht so leer sondern die Hexe meint ich Beatrix ah ok weißt du wo äh nö ich bin da nie menschlich durchgerannt aber ich denke das finde ich dann schon aber das dürfte ich dann schon finden also ich bin jetzt falls du nebenbei im Stream guckst halt ja ja guck dir nebenbei ich sehe es halt wie gesagt mit 30 Sekunden Delay also habe ich so viele Tränke verbraucht ach Mist ich habe beim Feuerschrein oben nicht mich hingesetzt so hier kann ich wenigstens mit meiner normalen Waffe kämpfen das ist das was mich beim Nito gestört hat so hier renne ich einfach dran vorbei ich habe keinen Bock auf die blöden schwarzen Ritter ich muss nur den Weg wieder finden wie gesagt das ist die Gegend in der ich nicht immer verlaufen runter rechts ja das so weit war ich schon eh jetzt kommen auch noch zwei beim letzten Mal haben die mich nicht so weit verfolgt genau hau ruhig ab ich habe diese Hand von dem auch bekommen oh die finste Hand ja die soll relativ selten sein bringt die eigentlich irgendwas Gutes naja dieser ah diese Attacke mit dem Seele entziehen kann man dann halt auch machen ich weiß nicht ob das in PvP vielleicht ganz gut ist oh wollte gerade sagen heißt das du kannst Gegnern Schlichtkeit entziehen das wäre total lustig ja vor den Feuersprogern musst du aufpassen Tinker ja die sind die gehören zu den schwereren Gegnern auf jeden Fall so hier war doch auch wieder einer huah so gucken wir doch gleich mal so Kacke fand ich sehr finde ich sehr fair dass die Gegner das also dass die Geister das drauf so dann wollen wir doch mal ja war eine blöde Idee hier weiter zu rennen so hoffentlich verlaufe ich mich nicht wie gesagt einfach nur runter dann rechts aber vielleicht dann doch die Dunkelritter killen mhm alter das sind aber zu viele du kannst den NPC dafür nein theoretisch der hilft dir ja auch soweit ich gerade gesehen habe dass du direkt neben dem Dings stammest ja wobei Beatrice ist ja eine Hexe-Magierin da ist das vielleicht nicht ganz so clever weil Zauber sich ja verbrauchen ja und das Ding ist auch dass Alter warum ich habe echt hier alle Ritter gepult die hier sind wie gesagt es gibt eine Art von Waffen mit denen man die Geister zwar bekämpfen kann also diese verfluchte Waffen das ist nur das Großstädt von Artorias aber das hat halt nen Nachteil weil du kannst dann die Angriffe von den Gegnern und den Geistern die ignorieren und deine Rüstung oh und das ist und die eine Attacke von den Geistern macht auch übelst Damage ja dann macht es übelst Damage momentan macht Eister mir quasi kein Damage die schwarze Ritter sind da gefährlicher Naja diese normalen Attacken von den Geistern machen mir auch nicht viel Schaden aber die haben ja diese eine Attacke wo sie sich in dich reinziehen ach die hier die hab ich bisher immer geblockt so also ich bin da ja ich noch nicht ich muss noch ein bisschen oh das nen Geist ja für mich ist das eh ganz praktisch ich hab ich musste nämlich für den Finstertöter also meine äh Standardwaffe eh ne meinen Willen auf 20 pushen und das hab ich dann gleich benutzt damit ich ähm so wie ist jetzt der richtige Weg das hab ich dann gleich genutzt dass ich ähm das Wunder mit dem ähm hier das Wunder Heilung nutzen kann mhm dass ich quasi keine Estus Flakoss verbrauche bis ich mit seinem Boss bremmen möglichst ganz ehrlich die tiefen Ritter sind echt leicht weil ich die Backstep halt One-Hit nehme so ich bin ready kann man hier auch legen ich bin immer noch unterwegs oh ich seh grad hier kann man gar nicht legen aber vielleicht vorne wo Beatrix steht ja vorne geht ich wollte gerade sagen ach du bist jetzt da ja gut jetzt muss ich halt nur wieder den Weg finden ich kann ihn dir verbal beschreiben wenn du magst bist du bei den Geistern schon runter? ich bin gerade genau da wo du vor 30 Sekunden äh wo du gerade stehst ach hier ist doch nen äh hier ist ne Nebeltür ich bin gerade da wo du stehst die Nebeltür da geht zum Boss da sollst du ja noch nicht rein ah ja da steh ich gerade geh mal zurück hinter der Wand aber lass uns die erstmal noch nicht beschworen nicht dass es Probleme gibt wenn einer die beschworen hat und wir uns da nicht sehen normalerweise nicht ich muss ihn nur erstmal finden oh ah ich hab einen schwarzen Witzfigur Dings da übersehen ne der steht rechts in der Ecke ach ok ach genau ich hab mein Rufsymbol mal gelegt mal gucken ob du das siehst ja also ich muss erstmal gleich den Ring des Abgrund und schreitens anlegen Artorias rinnen ja so mein Rufsymbol liegt direkt zwischen den drei Gängen mhm ich sehs gerade so mein Gift tickert schön bei den Drachen noch runter hoch ohja die Drachen sind echt mies so gut ist Artorias ermöglicht Abgrundstreiten Jo also ich seh dein Symbol nicht ich leg meins mal dazu dann machen wir es so wer den anderen zuerst sieht der ruft ich glaube man wenn man sein eigenes legt dann sieht man andere nicht mehr mhm ja das kann sein dann schmeiß ich mirs mal wieder weg ja boah ich seh deins nicht warte ich legs nochmal oh mein Rufsymbol ist verschwunden also auf die Brücke darf man nicht gehen ok dir liegt aber auch schon ein anderes Rufsymbol ist das dein das ist mein eigenes ja gut ich hatte mich gerade schon gegründet ne also wie gesagt ich seh dich nicht obwohl wir uns hier sehen hm dann nehm ich mal meins wieder rein ne ich will gerade einmal kurz was probieren darf man auf der Brücke legen? Nein 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 davor ja man muss ja theoretisch zusammen durch die Wand glaube ich ja seh ich seh deins trotzdem leider nicht ich habe es gerade wieder eingesteckt ach so ja blick da mal deins vielleicht blick da mal deins vielleicht den Wurm ja den Wurm kannst du einfach abschießen Tinker mit dem Bogen oder so ja mit meinem Kumpel hatte ich vorher den Bug dass ich ihn gesehen habe aber nicht beschwören konnte das ist auch manchmal das ist aber da muss man einfach nur immer wieder probieren ne das haben wir bestimmt tausendmal gemacht aber in beide Richtungen das dürfte aber eigentlich auch nicht sein von was von Dark Suits ne vom äh dem Mod aber ne ich habe auch die gleiche ja dann und da brauchen wir noch nicht die aktuellste ja liegt dein Stein jetzt hier irgendwo? ja meiner liegt an der Tür auf der was ist es zweiten Stufe aber siehst du ja nicht ne na gut versuchen wir es einfach oder? ja ich würde dir anraten runter zu rennen die Treppe ich bin beim letzten Mal von oben gesprungen und ähm ich such gerade erstmal Bea Triss die sehe ich nämlich irgendwie auch nicht rumlaufen in die Ecke und dann ja wieso sehe ich die nicht? das kann doch auch nicht sein mal gucken ob das klappt oh Bea Triss ist auch runtergekommen schön beim letzten Mal ist sie bei mir nämlich oben schon gestorben ne ich find die noch nicht mal das ist auch lustig na da wo du deinen Dunkeltypen gekillt hast aua okay dann ist es bei mir komplett verbunden da liegt bei mir zu setzen dann wissen wir aber an wem es liegt ich bin davon ausgegangen dass es nicht an mir liegt ja dann weiß ich aber nicht woran es liegt vielleicht habe ich irgendwie wieder was falsch ersetzt oder so muss ich gleich mal gucken wo das ist ein generelles Nut Problem bei dir ja wo kommst du denn her ich versuche jetzt einmal den Boss und dann statt die Könige muss man schnell schaffen weil sonst alle kommen oder was ja so hatte ich es gehört kein Ausdauern mehr auf allem diese blöde Attacke ey ich sage wirklich nicht so zu wichtig dass ich das eigentlich finde weil man spielt ja im Abgrund hier gerade ja ich hab ja das DLC schon durchgespielt da töte ich ja quasi den Vater aber ganz schön wenig Schaden mhm die sind mir ganz schön ordentlich hey warum habe ich keine Dings mehr ich habe keine Flakons mehr oah scheiße ich bin so erledigt bei mir ist schon der zweite oh bei mir auch gerade Kacke und Beatrix stirbt deswegen jetzt mh ich bin gerade nicht so verdammt was denn wenn ich hatte nur noch so einen einzigen Lebenspunkt ungefähr stand dann die ganze Zeit überall blöde rum so ich starte mein PC dann jetzt erstmal nochmal neu das heißt ich wäre dann auch kurz aus dem CS raus ja ja wuuuuh aber das kriegst du hin denke ich sogar scheiße in dem Moment wo er geheilt hätte habe ich den Damage bekommen ja 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 ich nur sehen Dings aber an sich der Mod ist ja richtig installiert ah kacke ey schnell oh geschafft nicht jede Nebelwand ist auch was böses Tinker manchmal ist es einfach nur ein Checkpoint Fürsten, Seen, Scherbe und 25 Gelber Score Sieg über die 4 Könige 4 Menschlichkeit und 60.000 Seen so soo damit habe ich auch Drei der Fürsten sehen schon geholt. Dann opfere ich die jetzt noch schnell. Teleportieren. Ich kann ja so lange bis er wiederkommt, dann schon mal zur Hydra gehen und da das DEC-Gebiet freischalten. So, Seele darbieten. So, mehr sind nicht da. Wie gehe ich denn da am besten überhaupt? Wenn es der Mondgrab... Achso, da kann ich ja auch noch hin. Aber vorher wollte ich eigentlich schnell... Wie komme ich denn jetzt am schnellsten hin? Gemeinde der Untoten. Ja, mache ich so. Vier Seelen habe ich bei mir. Vier Menschlichkeit. Ich sollte jetzt nicht sterben. Buddy, join your channel. Moin. Hey. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Gratuliere zum Sieg. Danke, danke. Hast du es noch gesehen, oder? Ja, ich hatte gerade angemacht nochmal. So. Dann suchen wir es doch einfach nochmal. Ich will nur schnell mal zur Hydra runter und... Ich habe es mitgekriegt. Es müsste alles hinhauen, hoffentlich. Ja, denke ich eigentlich auch. Und wo ist dann die vierte Seele? Achso, ja, das ist dann Cess. Ja, genau. Dein Lieblingsfreund. Ja, aber das habe ich damals alles gemacht. Dann habe ich wirklich nur die vier Seelen nicht dargeboten. Dann war ich da an sich komplett durch. Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Ob danach dann noch ein Gegner oder sowas kommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Na ja, also ich habe damals... Das habe ich gemacht auf der Xbox. Das einzige, was ich nicht gemacht hatte, war unten die Hydra bei... Unterm Baum. Die habe ich auch noch nicht. Und... Weiß ich auch nicht, was die bringen. Was ich auch noch nicht habe, ist das... Ähm... Dingsbums. Äh, das... Wie heißt es denn? Na, äh, Ds Drachenzahn. Da war ich auch noch nicht. Ach, stimmt. Aber... So nicht, mein Freund. Uah! So, war ich demnächst auch noch mal in den Ring wieder rein. Gut. Dann... Ich muss mal was ausprobieren. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ob ich ein Leucht... Niveau legen darf, ähm, äh... Am Leuchtfeuer meistens nicht, ne. Ah, doch, darf ich aber. Echt? Eben, am ersten Leuchtfeuer vom DLC darf ich, ja. Und, äh, das hat auch einen bestimmten Grund, das wirst du dann sehen. Weil er dahinter gleich der erste Boss ist. Das DLC habe ich... Ich weiß es nicht mehr, aber relativ weit hatte ich es auf jeden Fall, wenn nicht sogar fast durch. Also ich hab's neulich durchgespielt. Und... Na gut, der letzte Boss ist echt... Bööö, ich hasse den. Den habe ich auch nur mit einem anderen Spieler zusammen geschafft. WB-Tanker. Hm? Ich hab nur... Einen im Chat wieder zurück... ...begrüßt. Achso. Äh, scheiß Wasser, ey. Gab's nicht irgendwo einen Ring, dass man auch durch Wasser sich bewegen kann? Äh, ja, den gibt's im... Äh, Anfangsgebiet. Im Anfangsgebiet? Stadt der Untoten? Wenn... Ja, ja, wenn du wieder... Nee, wenn du wieder zurückkommst. Im... Asyl der Untoten. Also wenn du das, äh... Sonderding da benutzt, den... ...haben, dann dahin zurückreißt. Da gibt's den. Okay, beim Händler oder irgendwo jetzt Rob? Äh... Den findest du an der Leiche... ...wenn du den Schlüssel zum Untoten Asyl, ähm, West, hast. Mhm. Den hast du ja vorher auf dem Dach gefunden. So, ich bin hier... Den muss ich auch gleich mal legen, fällt mir gerade rein. So, wo liegt jetzt ein Dings? Äh, mein... ...Dings liegt direkt... ...vor dem Leuchtfeuer, fast. Leg vielleicht nochmal neu. Ja. Jetzt hab ich ein erstes Lacko betrieben. Egal. Ich hab den verrosteten Eisenring gar nicht. Ja. Und du siehst mich natürlich nicht. Nee. Okay. Dann geh ich nochmal... ...gucken... ...dann... ...versuchst du den Boss erstmal alleine. Ich geh dann nochmal gucken, ob ich inzwischen den... ...ääh... ...Boss, äh, die Beatrice sehe. ...weiß man für die nicht irgendwas Besonderes gemacht haben muss, um die freizuschalten. Weil wenn ich die dann jetzt nicht sehe, dann ist wenigstens dieser Backboot. Na, eigentlich muss das ja nur Mensch sein. Ja, Mensch war ich. Äh, verrosteter Eisenring, der bewirkt, dass man sich im Wasser normal bewegen kann. Normalerweise ist man halt eher langsamer. Ja. Kein weiteres Entfachen möglich. Ach so, das kann man nur dreimal. Ja, ja, bis 20 ist ja immer das Maximum. Das wäre auch zu OP, wenn man es nun endlich entfachen könnte, oder? Na ja, kommt drauf an. Man scheitert ja oft auch allein daran, dass man es überhaupt beschwören kann. Ach das, Schweinevieh. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich an den ewig geworfen. Nee, das geht doch auch nicht. Also den habe ich über beim Dritten, glaube ich, geschaut. Aber das DLC hat ja eh meinen Lieblingsboss überhaupt. Der Torias. Den mag ich, weil der ist nicht fair, aber vielleicht einigen Bossen im Dark Souls. Oh. Weil da muss man wirklich nur das Move-Set auswendig lernen und dann hat man den schon fast gefehlt. Ich bin gerade beim Move-Set auswendig lernen von dem hier. Nee, der bewegt sich nicht zu. Autsch. Bei dem habe ich bloß noch eine Wecke gelockt. Weil ich so hofft, dass es reicht. Ich will mal auf die Bärchen an der Wecke gehen. Titten dann noch das Shit reinnehmen, dann. Ach so, habe ich so. Alter, ich mache übelst wie Schaden gegen den. Ich habe zweimal zugeschlagen, habe pro Schlag 459 Damage gemacht. Okay. Ja, das ist der Nachmittag im Gras-Anschlusshaus, dass ich keine 100% abblocken kann und Schaden haben kann. Ja. Deswegen benutze ich es auch nicht. Deswegen benutze ich lieber den Ring, weil ich blocke da zu häufig. Was EOP ist, ist das ja mal nie. Ja, der Brust ist aber auch schwer. Alle Brusten im DLC sind schwer. Am liebsten ist eigentlich die Attacke, wenn er mich schlägt, wenn er mich umkippt, weil dann ist er angreifbar, schade. Ja, die Seele ist so sinnlos. Einmenschlichkeit. Ah, 36.000 Seen. Da kann man keine Waffe machen. Ja, schön. Zum Boden hatte ich es auch ein paar Mal geschafft. Das ist dann halt nur immer daran gescheitert, dass ich das Leuchttöre nicht gefunden habe. Ach, das Leuchttöre ist einfach. Man muss einfach nur geradeaus rüberlaufen. Man sieht ja von... Scheiße, ich habe bei dem Pilz jetzt nicht gelesen, sondern einfach nur... Egal. Moment, ja. Vielleicht ist es so. Okay. Ich habe jetzt einfach Ja gesagt. Reparaturpulver. Ein paar Wunder hat sie. Und eine magische Waffe. Und eine magische Waffe. Die Prinzessin, die du rettet hast. Von der Hydra. Also von dem Golem bei der Hydra. Und die du ja jetzt nochmal retten sollst. Nochmal. Ja, die wurde ja jetzt von Manus entführt. Das ist ja quasi die Story. Manus entführt die Prinzessin und du musst Prinzessin retten. Ah. Und am Ende, wenn du sie dann gerettet hast, kannst du noch nicht mit ihr reden. Nicht mit ihr reden. Das hat mich total verwirrt. Tinker, du siehst irgendwie weit... Wenn du irgendwie rum guckst, siehst du irgendwo so eine Stelle, wo so ein riesiger Hügel ist. Und unterwegs davon ist irgendwo in der Wand halt ein Loch, wo du ein Feuer hast dann. Mhm. Das ist so eine riesige, quasi riesige Kanalisationsruhe. Kann man fast sagen. Ja. Ja. Eigentlich recht gut zu erkennen. Da ist auch das nicht ganz so miese Gift. Das was wir vorhin meinten. Wir hatten die Stelle, wo du bist. Ja. Da verpaaren. Ähm. Die Wächterseele brauche ich für... Ach, ich nehme trotzdem einfach meine normalen... Braucht keine Waffe, keine Sorge. Die Wächterseele ist tatsächlich nur für Seelenkriegen. Bringt glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, 12.000. Sicher? Also ich habe das auch, weil ich mich das gefragt hatte, mehrfach gegoogelt. Und... Ja. Das war das, was da mal rauskam. Ich habe 15 Ritterseelen. Eine gibt 5.000. 50, 60.000. So, auf was gehe ich jetzt als nächstes? Vitalität vielleicht. Stärke und beweglichkeit habe ich auf 40. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich habe die beide nicht auf 40. Ich habe die Beweglichkeit auf 25 und ein Stück auf 36, weil ich mal die, äh... Riesenherde der Bader ausprobieren wollte. Habe ich dann nicht, weil sie schlechter ist als die, die ich momentan habe, aber... Na, mein Kumpel aus Magdeburg, der hat ja auch Dark Souls gesuchtet, Teil 1, der hat mir auch damals viel geholfen. Äh, und der hat gemeint, dass bis 40 lohnt es sich noch, auch wegen den Multiplikatoren und danach steigt es fast gar nicht mehr. Kann sein. Ja, wie gesagt, ich habe, was habe ich... Ich habe Konstitution recht, äh, Kondition recht hoch. Ach, die Stelle ist das. Ich finde, die sieht genauso aus wie oben der Wald bei CIS. Das ist der Wald bei CIS. Ach so. Nur früher. Das erklärt so einiges. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, wo auch immer das sein soll, Beatrice, Leuchtsignal nicht. Dann scheint es aber wirklich an dir zu liegen. Ja, oder ich kann es dann einfach nicht sehen. Aber warum solltest du es nicht sehen können? Moment, ich mal, das ist ja Multiplayer, oder? Ja. Bei Xbox Live bist du auch online, ja? Jaja, ich versuche jetzt einmal noch, dass, ähm, den Boss und dann, wenn ich bei dem gestorben bin, mache ich einfach den ultimativen Test. Der da wäre? Du kannst ja einfach... ...einer einfachen DLC ins PvP-Gebiet gehen. Du hast ja, wenn du Arturias getötet hast, äh, diese verschiedenen Online-Modi zum Spielen. Rein theoretisch. Ach ja, hier waren ja noch diese Ritter. Oh ja, die sind so nervig. Also die, nicht die kleinen Vogelscheuchen, sondern die großen Steinritter. Die, die Katzen kommen hier aber nicht, ne? Katzen? Nein. Katzen gab es da keine. Was ist denn da? Tinker fragt dich jetzt noch mal durch das Loch im Hügel, komme ich dann auch an den Boss? Und somit an die zweite Glocke. Damit kommst du direkt zur Quälage, ja. Wenn du den besiegt hast. Habe ich mich fangen lassen vor dem blöden Boss, ey. Sieht aus, diese Vogelscheuchen. Ich bin der noch gar nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Womit kommst du nicht klar? Ich bin die vier Königen, weil ich die Moves jetzt noch nicht drinne hab. Aber der Boss ist übel, da solltest du auf jeden Fall den NPC beschwören. Äh, ja. Und am besten noch den Agent-Hilfe, also Prelag war echt. Ich hab's beim ersten Mal geschafft, dieses Mal. Aber... Ja gut, wir kennen sie ja jetzt schon. Mehr oder weniger. Gibt's noch ne andere Möglichkeit, wie man sie relativ leicht schafft mit dem Bogen? Echt? Na, ich hab auch ein bisschen aus der Ferne geschossen und den NPC angreifen lassen. Wenn du den Oberkörper trifft, ähm, eben Stunlock halten. Ach, krass. Also die wird für ne geringe Zeit, wenn du sie am Oberkörper trifft, immer gestunnt. Und das kannst du halt, wenn du gut bist, dauerhaft machen. Ja, mit dem Graswappenschild kannst du eh dauerhaft schießen, ohne Ausdauer aufzuladen. Ja, okay. Ja. Das hatte ich, glaub ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Äh, Tinker, bei Kisten, wo du dir nicht sicher bist, dann einfach immer angreifen. Der Inhalt geht nicht kaputt oder verloren, wenn du angegriffen hast. Äh, da ist ein Rachenstein drinnen. Ja, aber ne, ich grebe generell jede Kiste an, meine ich. Ähm, auch da gibts ne gute Möglichkeit. Ähm, soweit ich mich erinnere, wenn die Kette, die an der Kiste ist, äh, in, gegen den Uhrzeigersinn gerollt ist, war's glaub ich, dann ist es keine Meme. Was? Loll? Ja. So hab ich jedenfalls mal gehört. Was hab ich... Das kenn ich gar nicht. Also ich hau auch immer noch, einfach weil's ja falsch sein könnte, gegen jede Kiste gegen, aber... Boah, gegen zwei von den drei, äh, von den... Oh ne. Ähm. Achja, hier war ja die Abkürzung dann runter in diese Dingsstadt. Heilige, was machen die eigentlich für gemeine... Magie. Wer denn jetzt? Die drei, äh, die vier Könige. Ach du bist jetzt bei den Bossen. Die drei Könige, einer ist ja tot. Äh. Die herrlichen drei Könige? Äh, äh, ähm, ja, das ist jetzt quasi ein Bossfight, einer gegen drei. Das ist sehr fair. Ne, ich hau zu wenig Schaden raus. Alter. Alter, was macht er denn? Wer denn? Was bist du denn gerade? Der Riese. Er macht so ne Attacke mit so... aus dem Boden. Ja, das ist das... Ja, das ist das... Da ist so dumm. Ah! Die zwei Könige haben mich umgebracht. Ey, lass das Schwert. Also das Drachenschwert ist nicht schlecht für den Anfang, aber spätestens nach Fehlag sollte man es austauschen. So, was wollte ich gerade ausprobieren, genau. Was wollte ich gerade machen? Achso, ich wollte dir die Kiste holen. Oh, hier sind einfach zu viele Riesen. Da gibt es auch einen, in dem Garten gibt es auch die, ja. Du hast es irgendwie geschafft, welche Kopf zu füllen, das ist schlecht. In dem Garten gibt es auch die Rüstung, die ich teilweise momentan benutze. Ich laufe momentan mit einer Mischung auf Silberritter, Wächter und Ebelfrüstung rum. Ich hatte auch Silberritter schon eine ganze Weile. Ja. Schade, klappt nicht. Also ich wechsle dich halt so durch, dass ich immer unter 50% bleibe. Genau. Und da ist halt die Kombi momentan die, die mir die besten Werte gibt. Und ich tausche dann halt immer weiter die Silberritter gegen, äh, Havels aus. Oder gegen Wächter, wenn das besser ist, weil Havels. Ich habe momentan Goldsaum drin, weil die relativ hohe Resistenzen gebracht haben. Aua. Ja, aber die geben mir zu geringe Schadensresistenzen, weil es halt eine leichte ist. Ja, ich wollte halt auch nicht mit Havel rumlaufen. Ich wollte halt lieber mit dem Schlangenring. Ja, die macht aber auch, äh, ein bisschen drin. Also, für's Iserleet habe ich auch, glaube ich, teilweise anders verzogen, weil sie eine relativ hohe Feuerresistenz hat. Eventuell ziehe ich mir die noch an für, äh, das... Hier, wie heißt's denn? Weiß nicht. Ähm, für den Brückenübern auf der Brücke von, äh, vor dem, ach, in der Stadt der Untoten. Der von dem, wenn man den Schwanz abschlägt, das Schwert bekommt. Ach so. Lol, obwohl ich weggegangen bin. Also, spielen kann ich schon mal. Wie, spielen kannst du schon mal? Also, ich kann schon mal online spielen. Jedenfalls bin ich in den Online-Modus reingekommen. Wenn noch ein Gegner kommt... Okay, ist eine normale Kiste. Blaue Scholle. So, es gibt zwei Wege. Ich könnte hier lang gehen, wo die Katze war, oder den anderen? Ich glaube, ich geh bei der Katze lang. Die Abkürzung hab ich ja noch nicht. Ich hab keine Gegner. Dann. Ach so, hier gibt's auch keine Brücke mehr. Wächterstulpen. Na, dann liegt's wahrscheinlich doch an irgendwas bei dir. Ja. Was zockt dein Bruder eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Jetzt ist nichts mehr. League of Legends. Ich hab da ne Idee, Warte. Kann man doch noch einfacher rauskriegen. Wie denn? Ganz einfach. Ich hab doch meine... Deine was? Mein Sphinx, also meine Zweitcharaktere. Und soweit ich mich erinnere, hängt mein... äh, Charakter, den ich voll auf Sterbe spielen werde. Äh, gerade vor dem Glocken-Vivant rum. Und da gibt's ja auf jeden Fall einen beschwörbaren NPC. Also ja, gut. Also den NPC sollte man schon beschwören können, um zu... Aber... Ja, aber das war ja die Sache, dass ich bei Beatrice noch nicht mal die NPCs gesehen hab. Also, dass ich bei den vier Königen noch nicht mal Beatrice gesehen hab. Hm. Oh, Drache. Hm, seltsam. Sag mir nicht, ich hab den Glocken-Vivant mit ihm gerade besiegt gehabt. Ja. Ah, jetzt sterb ich mit dem erst mal. Da musst du auch... Ach. Ja, gut. Der Drache ist eh mies, aber kann's sein, dass von da oben, also von der... ...gegend über dem Drachen, noch so... ...Steinriesen runterspringen. Okay. Die sind echt... ...nervtötend dann. Die hab ich vorher immer mit dem Bogen gepullt und dann... ...auf einer größeren Fläche bekämpft. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Ja. Nee, da geh ich mal lieber nicht lang. Hä, das ist alles so ungewohnt. Jetzt in guter Grafik. Hm. Ja, das war vorher ja auch nicht schlecht, aber es sah halt einfach anders aus, ja? Ja. Hallol, die rutschen aus. Ich konnte die, äh... ...die, äh... ...auflösung einfach vorher nicht richtig hochstellen. Ist ja lustig, der Gärtner hier rum. Ja, ja. Ist ja, das... ...de Kugelscheuchen sind ja quasi Anspielungen auf Gärtner. Haben ja auch nur Gartenwerkzeuge als Waffe. Eine Goldmünze. Hey, 20.000 Seen oder was das waren? 5.000? 5.000? 5.000, stimmt. Oh, fuck, da ist ja wieder ein Ritter. Naja, das war die Stelle, wo man zwei Riesen gleichzeitig gepullt hat, ...automatisch fast. Äh, schmeißt du's schon mal in die Pfanne? Ich will noch was ausprobieren, Janik. Da ist schon wieder so ein Ding. Nein, ich bin nicht rechtzeitig. Ach, Manu. Jetzt muss ich mir die Stelle wieder merken, weil hier noch so ein Krabbelvieh ist, was ich noch nicht besiegt hab. Ja, ich bin Trottel. Ich vergesse erst mal, mich menschlich zu machen. Damp-damp-da. So, wer liegt denn hier? Seele eines stolzen Kriegers. Ich komm nicht hoch. Wisst. Die Ritter sind scheinbar wieder zurückgerannt. Einer ist wieder da. Und der andere ist wieder zurück, das ist gut. Vor allem, welches Tempe die manchmal auch haben, ja? Mhm. Naja, aber... Weil, komm... Also, ich find wirklich, dass DLC hat die schwersten Bosse im Spiel. Naja, sollte er auch so vom Schwierigkeitsgrad haben. Okay, also, es liegt nicht an mir. Wieso? Also, ich bin grad einmal zur Kathedrale vor dem, äh, äh, vor dem... Also, wo halt der Glockengagel obendrauf ist gegangen. Und hier liegen drei momentan an Rufsymbolen. Naja, aber guck mal, ob du sie auch beschweren kannst. Kann ich machen. Ach, mit dem letzten Schlag, der gefehlt hätte. Oh, nee, damit geht's schon runter. Ah, da muss ich wahrscheinlich weiter, ja? Ja, da ging's, glaub ich, weiter. Dann kam ich runter in die Dingsstadt. Aber hier hinten war noch irgendwas. Es gab eine Abkürzung. Naja. Die, die hinten bei dem Händler ist. Der Fahrstuhl. Man musste ja nicht mehr den ganzen Weg gehen, sondern man musste nur noch bis zu der Einbuine. Seele eines Ritters. Ich höre Geräusche, ich seh aber keinen. Elisabethpilz. Ach, das Ding, ja. Hab ich denn nie benutzt? Ich glaube auch nicht. Also, reizt sich von der Beschreibung her gut an. Ich nenne es mal. Ich kann ja mal gucken, ähm... Heiz zeitweise viele TP. Doch, ich glaube, ich hab den in dem einen Kampf damals benutzt gehabt. An der Stelle, wo man... Ach, hier ist noch was. Oh, da muss ich springen. Ich werde durch Falle und sterbe. Springen finde ich im zweiten Teil auch wesentlich besser gemacht. Hm, das... Ja, das kann ich nicht beurteilen. So, also NPCs kann ich auf jeden Fall mal beschwören. Es geht ja eher um andere Spieler. Ja, ich weiß, aber ja... Ja, ich weiß, aber ja... Da muss ich jetzt mal gucken gehen. Und Vorteil hat's, dann schaffe ich mit dem hier auch automatisch erstmal die Glockengarguel. Und da hatte ich das, glaube ich, bei dem Main-Charakter benutzt. Der Main-Charakter hab ich's recht lange benutzt. Das hab ich nach Quela Gästhaft gelegt. So. Ja, jetzt liegen aber auch keine Russe im Loch. Da liegt ein Russe im Boden. Geschafft. Oh, er hat mal was für mich. Vorgetitanit. Schön, schön. Gavs großer Pfeil. Hm, das hab ich noch nie ausprobiert. Hm. Den Dämonen-Jäger-Bogen benutze ich eigentlich auch nie. Ja. So. Hallo, ich brauch'n Ruf-Symbol, sonst kann ich mich nicht rufen. Was schloch ich mir jetzt essen? Ich versuch' jetzt einmal die Glockengarguel, dann bin ich auf Essen. Hm. Ich versuch's dann die Tage nochmal, das Ganze hinzukriegen. Das wundert mich echt. Ja, jetzt kam gerade Anrufung gescheitert. Also. Hm, vielleicht sind's ja wirklich deine NAT-Einstellungen. Ja. Weil wie gesagt, rein optisch hat sich's ja verändert. Ja. Mitm Kump- Ah, wir haben ja mitm Kump- Obwohl hat's bisher immer funktioniert, aber ob das jetzt mit dem... Na, man wird's sehen. So, ich bin hier unten. Ist hier jetzt irgendwo noch ein Feuer gewesen eigentlich? Bevor ich in die Dings reingegangen bin, in die Kathedrale. Mh, äh, nee, da gab's nur ne Abkürzung im... Äh, da gab's halt nur die Abkürzung. Dem... Äh, alten Feuer. Dem... Feuer im Mausoleum. Weil der Boss, der jetzt kommt, das war der, wo ich glaube ich damals am längsten gehangen habe, im DLC. Der geht aber fast. Also der hat eine einzige... Deswegen eine einzige Sache finde ich wirklich mies, und zwar der wird... Je mehr Schaden er kriegt, desto schneller wird er. So, ansonsten ist hier drüben ja der Händler. Ja, das war tatsächlich nach... Als er nur noch ein Drittel des Lebens hatte, mein komplettes Timing-Nummer. Ach stimmt, hier oben war ja dieses PvP-Gebiet, wenn man den Boss geschafft hatte, ja? Ja. So, und wenn ich runtergehe, komm ich ins Drachental, ja? Also wo dieser Dingsdrache ist. Hm, der Schwarze. Den hab ich auch noch nicht gekannt. Hm, lass mich猜ze. Snatched by a shadowy limb. Das andere ist halt der Abgeordnete in der Stadt. Zu leer kommt bei mir einfach nicht. Hab ihn geschworen, aber er kommt nicht zum Boss rein. Ich kann mein Dings kaufen. Der sieht aus mit seinem Grinsen. Ich hoffe, dass er nicht so nützlich ist. So, was hat das... So lange. Ich höre die Hunde unten schon. So, jetzt bin ich wieder hier. Wo war dann das andere Feuer? Was hältst du eigentlich für leichter? Äh, Dark Souls 2 oder Dark Souls 1? Also, oder für schwerer? Hm. Keine Ahnung, ist schwierig zu sagen. Also ich fand Dark Souls 1 früher richtig schwer, aber... Ich will nicht sagen, dass ich jetzt hier super durchfasche, aber im Vergleich zu früher bin ich hier tausendmal schneller. Ich spiele unter 30 Stunden und bin jetzt schon mit der Main-Story fast durch. Das liegt ja an der, äh... Am Spielverständnis. Ja, daran, dass man eine größte Zeit schon kennt. Naja. So, da ist Ritter Atorias. Hm. Den Dings, den ich... Der NPC, der danach hier kommt, den hat sich damals auch getötet, weil ich die Dings-Waffe wollte. Hab ich auch gemacht. Ich hatte auch keinen Bock. Ja, genau. Hab ich wirklich. Mal gucken. Jo, ich bin dann jetzt auch erstmal raus. Jo, bis denn. Mal gucken. Ich denke mal, Dark Souls beende ich dann hier nach dem Kampf, unabhängig davon, ob ich es schaffe oder nicht. Und ich denke, ich streame dann vielleicht eine Runde Final Fantasy oder mal sehen. Ich muss auch erstmal Mittag essen. Jo, mal gucken. Man sieht sich. Ciao. 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 Ach ja, der hat ja einen geslowt immer. Ich habe schon wieder vergessen, nicht die Dings rauszunehmen. Das bessere Schild rein. Boah, wie böse. Aber wenigstens mache ich gut Schaden. Was mir aber nichts nützt. Was mir aber nichts nützt. Schade, eine Seele war auf jeden Fall mit drin. Nehmen wir mal gucken, wo ich lande. Bei dem hier. Wie weit ist es jetzt entfernt? Altar des Grabes, Fürsten. Das ist doch neu. Achso. Ja, es war neu, aber das war nicht das, was ich wollte. Oh, Zielmoseleum. Das war das, wo ich gerade war, denke ich mal. Die Tiefen. Oh, Seeleumsgarten. Na, mal schauen. Eins davon war das eine, wo ich gerade war. Und das andere hoffentlich das erste, wo ich 20 Seen hingepackt habe. Okay, oh, Zielmoseleum ist das. Das war das, okay. So, jetzt kann ich ja nochmal schnell hier hingucken, wie weit es jetzt bis zum Mausoleum ist. Aber tendenziell wahrscheinlich ja eigentlich nur runter und drüber. Genau. Da müsste es ja eigentlich reichen, wenn ich einfach rüber renne. Und dann kann ich ja gucken, ob ich mich mit einem Heimkehrknochen zurück teleportieren kann. Das sind ganz schön flink. Tschüss. 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 Wie geht das eigentlich? Wie geht das eigentlich? ... Ey. Ey. Obwohl ich ausgewichen bin. Ich dachte er ist weg. Ach kacke. Da ist eine, da sind 20.400 Seelen drin und eine Menschlichkeit. Die wollte ich gerne noch holen eigentlich. Jetzt war noch ein Versuch. Gut Schaden habe ich ja gemacht, man muss nur dazu kommen es halt zu Ende zu bringen. Ich gehe diesmal mal den rechten Weg. Zwar wird die obere Vogelscheuche gleich rechts rumlaufen, aber die machen ja nicht wirklich Schaden. Weil von hier müsste ich ja fast unentdeckt rüber laufen können. Und der Weg ist definitiv kürzer. Und ungefährlicher, weil man nicht an den großen Riesen vorbei muss. Tja, die Alternative wäre runter zu dem großen Drachen, aber das mache ich bestimmt nicht. Hey, GZ-Tanker! Das ist auf jeden Fall nicht einfach gewesen. So, was mache ich? Kämpfe ich? Oder weiche ich aus? Oh, die komplette Ausdauer runter, ey! Die Attacke war auch richtig mies. Los! Nee! Das ist anders. Wo Vote mag ich sensational. ch oh scheiße von kein ausdauert schon verdammt viel schaden so weniger als 50 prozent hat er na schade ich wollte gerade sagen jetzt macht er bestimmt wieder seine attacke und boostet sich scheiße nein was ich einmal zu oft angegriffen habe bei quäla gab es eine scheinbare wand ja bei der bodenplatte ich könnte höchstens mit der ich glaube damals habe ich mit der kristall hellebade gemacht ich habe ja noch eine andere hellebade die stärker ist wobei die kristallwaffe vielleicht trotzdem mehr schaden macht oh die hacke so mal kurz steam schließen zehn minuten ich hoffe einfach mal dass es jetzt schaffe mich zurück zu teleportieren und dann mache ich das nächste mal hier gwendoline oder wie sie heißt mit den seons ring das mausoleum war schon ganz schön krass also vor allem habe ich damals nie doch einmal jetzt glaube ich geklappt dann danach im mausoleum dieses pvp gebiet zu machen auf der xbox war es ja auch schon tricky überhaupt wie in online zu finden ist so mies die attacke so am besten teleportiere ich mich ich wollte gerade sagen am besten teleportiere ich mich dann wenn er seine sprungattacke macht aber die macht er ja tendenziell erst äh nicht seine sprungattacke sondern seine aua seine boostattacke das war eine wo ich hätte ausweichen müssen scheißdreck ich wollte nur meine seele holen die eide sind prinzipiell nur dazu da um ja im pvp halt und gegen andere spieler zu kämpfen zum beispiel bei der katze im finster wurzwald wenn man den eid annimmt kriegt man so ein ring und wenn man den dann hat und ein spieler in den wald kommt der nicht den eid hat dann invasiert man den dann automatisch beziehungsweise bei den dracheneid dann sieht man halt irgendwo wo andere drachenspieler sind die den eid haben und dann kann man halt sich duellieren das ist halt rein pvp also ist jetzt nichts wichtiges manchmal kriegt man wenn man ein eid annimmt also generell wenn man das gespräch führt einen eid anzunehmen kriegt man immer 25 gamerscores glaube ich für den jeweiligen eid und manchmal kriegt man von den jeweiligen eidgebern halt auch ein item aber bisher war das für den krieger zumindest noch nie was dabei immer irgendwie ein wunder oder ein zauberspruch oder irgendwas so also den gegner jetzt so viel schaden machen dass ich dazu komme mich wegzuteleportieren wenn er seinen buff macht trotzdem der mensch bekommen schon wieder obwohl ich los mach deine sprungattacke los mach deine sprungattacke wenn er so bleiben würde dann wäre es ja tendenziell alles machbar ja wenn er so bleiben würde dann wäre es ja tendenziell alles machbar ja jetzt geschafft genau so wie ich es wollte so noch kurz an den schreien teleportieren wo ich 20 seelen aufladen kann und dann teleportiere ich mich noch hier an diese stelle wo ich dann gegen gewinn kämpfen kann ja controller wieder ausgeschaltet hallo jetzt fünster mund grab dann mache ich das nämlich beim nächsten mal tschüss ach Sian ist schon offen ich habe es aber nicht aufgemacht naja egal genau hier mache ich beim nächsten mal weiter Also bis dahin, tschüss!